Ja, und damit willkommen zurück zu South Park. Ein paar technische Probleme hatten wir hier. Deswegen habe ich Ungewollt vorgegriffen. Hier weiß ich mir schon, was kommt. Ja. Hallo, Dad. Denk dran, mit deinen Knallerbsen kannst du alles Mögliche umhauen. Hau rein, Tompil! Ich mach das Ganze hier schon zum zweiten, dritten Mal hoch. Nein! Bleib draußen! Bleib draußen! Ha, ha! Keine Angst! Vor dir steht Captain Diabetes! Ja, ein waghalsiger Gentleman mit Super-Diabetes-Kräften. Einst war ich ein stinknormaler Grundschüler, doch dann hat ein Laborunfall aus meinem Diabetes übernatürliche Kräfte gemacht. Okay, Sidekick. Es gibt eine Verdächtige, die vielleicht was über die verschwundene Katze weiß. Mir nach! Diabetes... Ja, ich hoffe, dass die jetzt alles, äh, so wie man es will. Also, ruckelfrei. Ohne Probleme. Ohne schwarzen Bild. Blöde Schlampe! Wie gefällt dir das? Ich bin Captain Diabetes und das ist mein treuer Sidekick. Oh, okay. Macht mal Platz, ich muss mir noch ein paar Bierchen holen. Tut mir leid, aber in diesem Zustand können Sie nicht Auto fahren. Ich bin quasi nüchtern, okay? Verpisst euch! Hey, gib mir mal einen Schlüssel! Das wäre unverantwortlich. Mir geht's gut, okay? Guck mal, warte! Mir geht's gut. Okay? Mein Schlüssel, bitte. Wir können ihn morgen wieder haben! Gib mir den scheiß Schlüssel, du Kackbratze! So, Plan ändern. Kräfte. Ähm, wir setzen die Lebo mal gleich, weil, äh, ob ich das jetzt mal oder später mal mache, ist eigentlich egal, oh. Das Heilen. Ja doch, das Heilen lassen wir drin. Das ist nochmal runter. Und zwar. Und wir sind jetzt auch... Willst du es am Anlegen? Na gut! Schnapp ihn dir! Wer, äh, das Auto jetzt mal zerkratzt, ne? Das ist eher Silber. Hm, 42. Ach, 42. Ach, 42. Käpt'n Herbitis und seinem Sidekick ist keiner gewachsen! Jetzt hätte ich fast alles verschüttet! Ey, ich kann euch auch Süßigkeiten mitbringen. Ich brauch nur den Autoschlüssel! Gebt mir mal einen Kack-Schlüssel! Gibt es nie hin. Attacke! Ich schwöre, ich schwöre, dass ich noch ein Auto fahren kann! Dann hauen wir noch ein bisschen zurück. Ah! Ha! Der Schlüssel bleibt bei mir und damit passt er! Ah, ich glaub, meine Eier sind schon über meinem Magen! Mein Sidekick regelt das mit links! Ich bin am Arsch! Ich mach' sie fertig! Ja! Ja! Du Gratze! Okay, lass mich mal kurz durchatmen und mich sammeln. Wieso bin ich... Äh... W-was? Ach ja! Der Hurensohn hat meinen Schlüssel! Ah-ha! Zeig' ihnen, wo der Hammer hängt! Ja, ja. Warum so respektlos, Bro? Schau' jetzt gut zu, ich mach' kurzen Prozessen! Fucker Smash! Ich hab' nen Schild! Warum kämpfen wir nochmal? Ich hab' deine Schlüssel geschlagnahmt! Hü-ja! Hol' hier in die Fresse! Wer los? Das muss dir schon reichen. Ah! Die packen wir easy! Okay, Sidekick, die Pflicht ruft! Das ist ne Abkürzung durchs Zeitversteck! Ja, ja. Kyle ist gerade auf einer anderen Mission. Wir sind da wo... Die Abkürzung ist auf dem Dachboden. Wir haben dir erlaubt, sie zu benutzen. Wenn ich zu hohen Zucker hab, werd' ich sehr wütend... Sehr gut, Sidekick! Das ist Humankind's Gehaltversteck! Fütze machen mich wütend! Der Kuhn sagt, meine Mom hat an meiner Geburt ge... Steht noch ne Kiste, man. Ne? So. Kostüm! Hä? Das ist ein Bild! Komm schon, Sidekick, keine Angst! Berührt von einem Engel! Yeah! Hab' ich kaum nicht gesehen. Gut, dass ich das hier zum dritten Mal schon spiele. Oder vierten... Hm, dritten Mal. Ja. Ja. Der furchtlose Held und sein Sidekick stürzen sich in die dunkle Nacht, bereit, das Böse zu bekämpfen und der Stadt den Frieden zu bringen. Du glaubst nicht, dass ich Diabetes hab, weil meine Mutter während der Geburt gefurzt hat? Es kommt mir vor, als hätte der Kuhn das erfunden, um Käpt'n Diabetes zu verunsichern. Wie du siehst, ist South Park Nacht ein völlig anderer Ort. Wir müssen ins Peppermint-Hippo. Auf zum Stadtplatz! Alter, ich verlieg' die Leute rund um dir. Ich liebe Burnham County! Einfach die beste Band der Welt! Und den würd' ich mich grad flachlegen lassen! Also, ich wurde... Freebird! Die fühlen sich wohl zu der mobilen Toilette hingezogen. Mein Zucker-Zorn ist hier genau das Nächste! Oh shit, es geht los! So viel Zucker! Oh Gott, das war zu viel! Ich brauch Insulin! Insulin, schnell! Und jetzt bin ich wieder der Alte! Wie du siehst, hab ich die Kontrolle über meinen Diabetes perfektioniert! Los, hier lang! Oh. Das war ein Scheißer-Singerheim. Bild, Bild, Bild. Hanna-B-Walzer. Gut. Hm, ne, der kommt mir nicht hin. Das wollte ich vorhin mal probieren, ob man die Kiste unten öffnen kann, weil... Hier ist es! Hier werden wir die Frau finden! Los, er hat. Macht dich auf unabbetätliche Gestalten und einen Haufen Titten gefasst! Komm, lass uns reingehen! Ja, geh' ich schon mal vor, ich hab' hier noch ne Kiste. Blottasche. Hey, kommt wieder, wenn ihr volljährig seid! Titt zur Seite, Bürger! Ich bin Kempten-Diabetes! Ich muss mit den Ladies da drin reden! Macht ne Fliege, bevor ich euch raussmeiße! Hm, was soll ich tun? Hm, mir geht wieder. Hm, es muss noch nen anderen Eingang geben. Gut mitgedacht! Jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hoch. Komm her, ich hab' ne Idee! Oh, natürlich! Zur Seite, Sidekick! Äh, tja! P года! Ja, ich geh mal rein in den Schuppen. Wow, du hast da ein paar Bauteile! Daraus kannst du alle möglichen Sachen nunca mongeln und hike in der Welt.. Ich muss mich konzentrieren, ich pinkel noch daneben. Oh Mann, jetzt treffe ich gar nichts mehr. Sie drängen mich doch nicht so. Okay, wir sind im Stripclub. Wow, diese Ladies haben wirklich Rhythmus. Aber keine Sorge, Sidekick. Wir sind Superhelden. Wir kriegen das hin. Eine dieser Ladies weiß was über die verschwundene Katze. Aber welche? Hier ist der Plan. Wir müssen uns jemand suchen, der mit uns ins VIP-Zimmer kommt. Wir treffen uns dort, wenn du wen gefunden hast. Alle mit schwachem Herzen habt ihr euer Testament gemacht. Hier ist Trinity. Wir sind in einer Welt. Wir sind unsere Welt. Wir sind designed, Danke für den Wettbewerb. Kassiert mich. Da ist noch eine Tasche drin. Wollen wir den Kühlschrank drauf? Okay, wo sind eure Eltern? Kommt jetzt her, sonst gibt's richtig Ärger. So. Ein Vorgeschmack aufs Paradies darf auch nicht fehlen. Lasst euch in Versuchung führen von Angel. Halleluja. Komm, wenn du so jährlich bist, dann lass ich dich an meinen Plantaten nockeln. Hey, bist du nicht ein bisschen jung, um hier zu sein? Ja. Die Kinderkrippe ist hinter der Bar, Süßi. Okay. Hey, niemanden gefunden? Kein Problem, ich hab zwei Südmeer aufgekabelt. Spiel einfach deine Rolle. Hey Mädels, habt ihr Lust, Party zu machen? Das ist also deine Freundin, ha? Fuck, ist die geil, Mann. Genau. Wollen wir ins VIP-Zimmer gehen? Ich weiß nicht, sie ist ein bisschen klein. Ich steh auch klein. Du nimmst die mit dem Sprachfehler. Okay, dann wird's Zeit für den Laptance. Können wir da drin nicht einfach ein bisschen quatschen? Erst wird getanzt und dann quatschen wir. Oh, okay. Haben die Herren jemals einen Tanz von einer Lady mit Penis-Tattoo bekommen? Hey, wir sind nicht zum quatschen hier, Baby. Ja, ich sag gar nichts, bevor ich nicht ein bisschen Action im Schritt bekomme. Oh, na gut. Okay, Sidekick. Du weißt, was das bedeutet. Ein Pupsi. Pupsi Pupsi. Vergiss dein Handtuch nicht. Oh Mann, da geht mir ja mein Ständer flöten. Dafür zahl ich aber nicht. Oh, Scheiße. Was für eine Aktion war das denn? Pupsi. Ist ja gut. Boah, Baby, du stinkst den ganzen VIP-Raum voll. Ach, wie geht's? Ich muss gleich kotzen. Oh Mann, da geht mir ja mein Ständer flöten. Scheiße, was soll das? Jetzt hat er sich so. Oh nein, hör auf. Lass uns doch lieber quatschen. Geht drauf. Warum nicht gleich so? Okay, lasst uns quatschen. Quatschen? Ach, nee. Also, was macht ihr so beruflich? Und habt ihr mal mit einer Lady mit Penis-Tattoo getanzt? Wieso ist euch dieses Penis-Tattoo so wichtig? Ja, ja, Classy hieß sie. Sie heißt Classy? Ja, Classy. Mit nem I und nem kleinen Schwanz, der am C hängt und das L aus dem A ist S fickt. Natürlich. Deswegen das Tattoo. Wir haben den Namen. Los, gehen wir. Was soll das heißen? Ihr könnt uns hier nicht einfach sitzen lassen. Ja, ich wurde bis jetzt nur angefurzt. Ihr bleibt mal schön hier. Haha, ich bin keine gewöhnliche Stripperin. Ich bin Captain Diabetes. Was? Mein Sidekick und ich haben unsere Verkleidungskünste genutzt, um euch Informationen zu entlocken. Damit kommst du nicht davon, Captain Diabetes. Oh scheiße, mit meinem Ständer kann ich kaum laufen. Ja, ich wurde bis jetzt nur angefurzt. Warte mal, der kann kaum laufen. Da können wir doch eigentlich versuchen, ihn in Eis zu legen. Früher hast du dein Stripperin einen Dolle an die Arschritze gesteckt und sie hat dir die ganze Nacht gehört. Er wird schon bei. Das macht ja nicht mehr Sinn. Da tat man satt mit 20 Dollar für eine Edelstripperin und dann das. Er hat vielleicht Nerven. Ich will in eines dieser kommunistischen Länder, in denen Ständer staatlich subventioniert werden. Einen Tarns? Will jemand einen Tarns? Oh, 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 oh. Wir haben überhaupt keine Chance. In Thailand kriegt man für 5 Dollar Anstände. Ja, die Herrschaften sollen sich an den Geschäftsführer wenden, wenn sie mit dem Letzend angebotenen Pepper mit Hippo unzufrieden sind. Adieu. Gute Arbeit. Okay, zurück zur Bühne. Okay, Leute, ich hoffe, ihr amüsiert euch. Vergesst das Trinkgeld für die Kellnerinnen nicht. Und wenn ihr schon dabei seid, spendiert dem DJ doch gleich noch einen Drink. Und jetzt gibt's heiße Action mit Esmeralda. Verstehe. Der DJ ruft die Namen von den Bitches und dann kommen sie auf die Bühne. Los, wir müssen irgendwie den DJ ablenken. Ich hab's. Meine Mutter läuft immer Gin Tonics, bis sie umfällt. Wir mixen den DJ ein und tun irgendwas Starkes mit rein. Dann haut es ihn um. Schnell, mix den Drink. Okay, Leute, jetzt haben wir uns das ganz Besonderes. Für euch Applaus für Destiny. So, ein Drink Mixer. Vielleicht fehlt noch irgendwas. Hm, ist das widerlich genug, um den DJ außer Gefecht zu setzen? Rimmfetzen. Oh Gott, oh Gott. FÜRZE! Tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest. Aber nichts macht mich wütender als FÜRZE. Sie erwecken den tiefsitzenden Zaun, den ich mit mir herumtrage. Wieso ausgerechnet FÜRZE? Aber das wird den DJ lange genug außer Gefecht setzen, um classy zu rufen. Hey! Hm, DJ. Ah, endlich hat jemand den DJ einen Drink spendiert. Coole Sache. Ah, genau das hat der DJ jetzt gebraucht. Danke für... Oh, Mann, da hat einer meinen Drink gepuszt. Ich bin gleich wieder da. Trinkgeld nicht vergessen. Das ist nicht verbesser, als ich dachte. Okay, Leute, jetzt schlacht mal ordentlich was hören. Vergesst nicht, euren Kellnerin Trinkgeld zu geben. Auf der Bühne geht es gleich heiß her. Applaus für classy. Äh, genau, Leute. Auf die Bühne mit classy. Mit einem I und einem kleinen Schwanz, der das I aus dem ASF fickt. Applaus für classy. Hey, was rufst du mich raus? Ich bin doch noch gar nicht dran. Warte mal, du bist nicht der DJ. Das muss sie sein. Oh, shit, das sind undercover Bullen. Ihr nach. So, Kiste. Yep. Das da, das da, das da. Dann kommen wir nicht rein, das weiß ich. Wie ist hier lang gerannt? Die beiden sind hinter mir her. Helft mir! Ihr habt hier nichts zu suchen. Ja, verpisst euch. Zur Seite, Ladies. Captain Diabetes und sein Sidekick müssen dieses Zwifferin verhören. Wenn ihr zu ihr wollt, müsst ihr erst mal an uns vorbei. Trauen euch doch. Okay, Leute, euer DJ ist wieder da mit einer Spezialshow für euch. Die zwei Arschlöcher, die wir in den Trink gefurzt haben, werden von unseren Ladies gleich so richtig durchgenudelt. Aus dem Weg, Ladies. Wir wollen nur classy. Und diese Dame bringt euch die Flötentöne Papalazio bei Fuchsia. Ja, macht das Kleingemüse fertig. Applaus für Paris. Uhlala, mehr muss ich gar nicht sagen. Die müssen bis ans Ende des Flurs. Sie kommt direkt von der Copacabana zu uns. Ihr wisst schon, wen ich meine. Applaus zu unserer lüsternde Lola. Nein. Bro, Mama, weg von meinem Sidekick. Hügel, sie winselweich. Ist es hier gerade heiß und scharf geworden? Oh, das ist der Grund, Esmeralda. Wir müssen classy einholen. Oh, leck mich. Dieser Nahkampfscheiß ist nichts für classy. Geht in die hinterste Ecke des Raumes, so schnell euch eure kleinen Beine tragen. Ich hoffe, ihr habt ein paar schnelle Attacken. Wie wär's mit nem Coastbaby? Ah, hängt noch was von mir dran. Kein Grund, garstig zu werden. Hm, geht nur so oder so. Jetzt geht's los, Ladies. Als Vertretung aus der Früh schickt Blaze. Einen kräftigen Applaus bitte. Und hey, können wir das nicht etwas runterdrehen? Wir müssen Richtung Ausgang. Du machst mich echt sauer. Oh, Scheiße, die leben noch. Mach sie fertig. Kopf zu sterben. Zeig ihm, wer der Boss ist. Kommt und holt mich hier uns. Hepatitis stinkt gegen Diabetes voll ab. Nimm das! Haha, jetzt ist Mama sauer, Schätzchen. Du holst dir kein mehr runter. Das packst du schon. Z приехsspiene Wassermelonen zwischen den Schenkeln, Anastasia. Wir müssen Clancy erreichen, bevor die Swiffer-Horde uns überrennt. Zieh zu und lern. Ihr seid jetzt im Anflug. Oh, jetzt seid ihr kleinen Penner richtig am Arsch. Schnapp sie dir, Chantal. Aufgepasst, meine Damen und Herren, hier kommt die Meisterin der Mösen-Fürze. Die Herren des Sadomaso, die definitive Domina, Chantal de Grandepopo. Hey, Schätzchen, für diesen Hintern bist du nicht bereit. Ich werde dich mit meinen Arschbacken zerquetschen. Lass dich von Grandepopo umarmen. Oh ja, Baby. Oh Gott, dieser Arschzerquetsch ist schon wie Armeisen. Oh Gott, dieser Arscherquetsch ist schon wie Arscherquetsch. 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 Vielen Dank.